Herzlich willkommen zum Mathe-Adventskalender. Schaffst du alle 24 Rätsel, bist du so schlau wie ich. Fast. Herzlich willkommen zu Tag 16 des Rätsel-Adventskalenders. Bevor schauen wir uns Lösung von Rätselnummer 15 an. Am ersten Tag befindet sich eine Seerose im See. Am zweiten Tag sind es zwei, am dritten Tag vier, am vierten Tag acht und so weiter. Nach 64 Tagen ist die Seeroberfläche komplett bedeckt. Wann wäre die Seeroberfläche halb bedeckt, wenn sich am Anfang acht Seerosen im See befunden hätten. Kommen wir zur Lösung. Wenn die Seeroberfläche nach 64 Tagen komplett bedeckt ist, dann ist sie nach 63 Tagen halb bedeckt. Denn jeden Tag verdoppelt sie sich ja. Schauen wir uns die ersten Tage nochmal an. Am Tag 1 gab es eine Seerose, am Tag 2 2, am Tag 3 4, am Tag 4 8. Wenn jetzt zu Beginn allerdings acht Seerosen da waren, fallen die ersten drei Tage weg. Wir brauchen also drei Tage weniger, nachher in 60 Tagen. Bauen wir uns an, was sich in der Türchen 16 verbirgt. Eine Vorabinfo. Die Lösung zu dieser Aufgabe gibt es im Video am 17.12. Und schreib in die Kommentare, wie schwierig du die Aufgabe fandest. Von 1 extrem einfach bis 10 extrem schwierig. Und jetzt geht's los. Kommen wir zur Rätselnummer 16. Max liest eine Geschichte von drei Personen, Alpha, Beta und Gamma. Jeder dieser drei sagt entweder immer die Wahrheit oder lügt immer. Ein Fremder fragt, Alpha, zu welcher Art gehört denn Beta? Zu den Lügnern. Er fragt weiter, Beta gehören Alpha und Gamma zu verschiedenen Arten? Nein. Er fragt weiter, Gamma, zu welcher Art gehört denn Beta? Zu den Wahrheitssagenden. Wer gehört zu welcher Art? Viel Spaß mit diesem Rätsel. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. das was du ja. Untertitelung des ZDF, 2020